Hallo ihr Hübschen! Also ich wollte jetzt mal erzählen, also ich hatte ja schon hochgeladen, dass ich Postkarten drucken lassen habe von den beiden Händen, die ich gemalt habe. Ich glaube so oder so rum. So, ne? Oder so rum. Ist ja egal. Irgendwie so. Also eigentlich waren die ja beide gleichzeitig so. Das kann man jetzt so nicht zeigen, weil ich habe ja, wenn die eine Hand so kommt, kommt die andere so. Ist ja auf jeden Fall, sind es zwei Hände, die mich an einen Kindheitswunsch erinnert haben, Musik und Gebärden zusammenzubringen. Also Gebärdensprache sozusagen. Und ich habe mich schon angemeldet, ja, ich wollte, nicht ich wollte, ich werde, ich werde nächstes Jahr. Also ob ja nur, gibt es einen Kurs, den ich belegt habe, besser gesagt, wo ich mich angemeldet habe. Ich hoffe, nein, der wird stattfinden, ja. Und da werde ich auch dabei sein und mache halt dann, werde ich erst mal Gebärden neu lernen sozusagen. Weil, ähm, ich habe nämlich nachgeguckt, Leute, mit, also nicht mit drei, in der dritten Klasse habe ich schon das Fingeralphabet, ähm, ja, gelernt. Und, äh, da war ich ja schon als Kind, äh, sehr begeistert von. Und ich wollte auch wirklich immer schon als Kind weitermachen, also weiterlernen, nicht nur weiterlernen. Denn ich hatte auch ein bisschen Kontakt mit Menschen, die halt Gebärden können. Zu Kindheitszeit noch schon. Und, ähm, ja, und deswegen werde ich das einfach jetzt in Angriff nehmen. Erstmal nochmal alle Wörter, also das gibt ja sowieso so viele Wörter, auch im Sprechen, also in der Sprache. Und, äh, ja, in den Gebärden, ja, das ist ja Klatschen, ne, Leute? Ähm, hat man halt sozusagen einiges vor sich. Oder besser gesagt ich, weil ich möchte ja wirklich, also, ich wünsche mir wirklich einiges zu lernen und auch zu können. Und dann auch, ähm, ja, mich in Gebärden mit Menschen auszutauschen. Ja, das wünsche ich mir halt, äh, im nächsten Jahr. Und, äh, ich habe jetzt schon Spaß und Freude dabei, denn, äh, wie die eine oder andere weiß, äh, oder überhaupt, einige, die mich kennen. Ich fuchtel halt gerne mit meinen Händen rum. Und auch beim Singen. Also, ich möchte wirklich einige meiner Lieblingslieder in Zukunft auch, ähm, mit Gebärden, äh, sozusagen übersetzen. Wenn man das so sagen möchte, also möchte, kann. Also, ich habe schon Freude daran, wenn ich daran denke. Ähm, so viel dazu. Und, ähm, ich mache das wirklich für mich. Wenn das dann auf Resonanz, äh, äh, sozusagen, ja, kommt. Und sich da welche melden und sich daran erfreuen. Erfreue ich mich natürlich auch. Äh, erfreue mich jetzt schon. Und ich glaube, nicht ich glaube, ich habe das Gefühl, dass, äh, durch diese Sache, dass, dass ich das da mache, mir auch, ähm, neue, ähm, Liedertexte kommen werden. Das habe ich wirklich gerade so im Bauch. Nicht nur im Bauch, sondern wirklich im Gefühl. Denn, ähm, nach jahrelanger, ähm, Gedichte und, äh, was weiß ich, Zeilenschreiberei, äh, dass ich auch in der Zeit, ich komme jetzt nochmal zu meinem arbeitsreichen Leben zurück, leider Gottes irgendwie, keine Zeit für hatte, ne, also, keine Zeit und kein Gedanke. So, huuuh, es war einfach weg. Tut mir leid. Wirklich. Also, ein bisschen war es vielleicht noch da, aber es war weniger so intensiv, äh, dass ich irgendwie, dass mir irgendwelche schöne, kreative Gedanken und Texte kamen für irgendein Lied oder überhaupt ein Gedicht, wie auch immer. Es ist halt so. Und ich habe gerade so, nicht gerade so, sondern es kam mir so, ich habe es im Bauch, Leute. Wenn ich erstmal richtig gebärden kann, dann gibt es auch einen neuen Text. Also, ein neues Lied sozusagen. Also, lasst euch überraschen. Also, ich, ich, mich, mich, ich mich auch. Ähm, ich lasse mir aber auch Zeit dafür und dabei. Denn, mein Zeitziel für diese ganze Sache ist, ich gebe euch zu, 2020. Vielleicht kommt es ja auch früher, wer weiß, wer weiß. Ähm, dazu möchte ich auch noch sagen, äh, ich wollte mir wirklich Bücher bestellen. Ich habe eine Empfehlung gekriegt von einem Gebärdendolmetscher. Ja, welche Gebärdensprachbücher, ähm, doch, ähm, ja, sehr gut sind oder gut sind, ähm, um das weiter, äh, zu machen. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, oh, ja, meine, 60, 50, 70 Euro, ein Buch. Ja, das ist ja auch ganz praktisch und ganz gut bestimmt, natürlich. Ähm, aber, hm, ähm, ja. Ja, diese Wohnung ist halt groß und die Miete auch. Also habe ich das jetzt erstmal abgehakt und verschoben für 2018. Und glaube wirklich, dass ich das Geld irgendwie dafür, ja, übrig haben werde. Hm, oder auch beschenkt werde. Wer weiß, äh, naja, glaubt noch daran. Auf jeden Fall, ähm, habe ich erstmal einen kleinen Schock bekommen. Ha, 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 des Preises. Wobei, es ist ja günstig. Eigentlich ist es günstig, weil, wie viele Wörter sind da drin? Also, ich meine, wie viele Gebärden sind, waren in dem Buch drin? 2.500 oder so? Ich weiß nicht mehr, was da drauf stand. Also, äh, wenn man das so bedenkt, 2.500 Gebärden in einem Buch für knapp 60 Euro oder ein bisschen mehr, ganz drauf an, ist es doch ganz, ganz günstig, könnte man sagen. Also, es ist doch billig. Weil, es ist ja auch wert, also, ich meine, es ist alles wert zu schätzen, Leute. Wenn man schon diese Gebärden, ähm, ja, das muss ja alles fotografiert werden auch, ne? Oder überhaupt irgendwie aufgezeichnet oder was weiß ich, ne? Das ist wirklich, ja, richtige Arbeit, so ein Buch herzustellen. Also, ich, ich, also, der Preis ist es wert, sag ich euch. Wirklich, aber, äh, ich habe gerade, hm, ja, müsste erstmal ein paar andere Bücher verkaufen vielleicht. Oder ein paar andere Sachen. Mal gucken, was gibt's denn noch, außer die Küche. Ja, und dann, ähm, wenn ich gerade beim Thema bin, äh, ich wünsche mir auch für diese ganze Sachen, die mir so in den Kopf kommt, so mit dieser Musik und Gebärden, eine Webseite zu erstellen. Ähm, ja, und natürlich auch, äh, Bilder zu verarbeiten, bearbeiten und Grafiken und so. Und ich bin eine Selbst-issi-Frau, Leute. Hm, ja, ich mache alles selbst. Ich habe ja angefangen mit meiner einen Webseite und die andere Webseite und das und jenes. Und ich wünsche mir halt wirklich, ähm, ja, ich brauche, ich brauche dafür einen schönen Laptop. Das ist mein Wunsch, ein Laptop. Ich habe die ganze Zeit eigentlich einen PC im Kopf, aber ich möchte ja ortsunabhängig in Zukunft arbeiten. Also ist ein Laptop doch irgendwie, äh, sinnvoller für diese kreative Phase oder überhaupt Gestaltung. Also, äh, bin ich dabei, ähm, ein Laptop ist natürlich auch ein bisschen teurer als dieses Buch. Aber ich bin dabei, äh, dieses Ganze, ja, mir anzuschauen. Und außerdem bin ich auch dabei, oder besser gesagt, ähm, ich habe weniger Erfahrung, was denn jetzt kapazitätenmäßig, äh, besser ist mit so einem Laptop-Kauf. Bevor ich da wieder irgendwas Mülliges kaufe, was mein Schatzi so sagt, äh, nur weil es schön aussieht, muss es ja nicht schön sein oder gut sein. Das ist so eine Sache für Frauen, ne? Ey, zumindest hab ich das so. Also, wenn ich was Schönes sehe, ne, egal ob es praktisch oder unpraktisch ist oder überhaupt, genauso wie mein PC, den habe ich ja auch selber ausgesucht und gekauft. Ich habe, und nach Preis natürlich, das muss ja günstig sein oder darf günstig sein, habe ich mir so ein günstiges Ding da gekauft, ja. Ähm, ähm, und was hat mein Schatzi gesagt, äh, wie, ähm, Festplatte oder weiß ich nicht, wie das alles so heißt, was da drin so steckt. Komm jetzt nicht drauf. Ähm, ja, da kann man nicht ganz so viel mitmachen. Und ich dachte so, na, hm, äh, wenn ich damit, ähm, Word aufmachen kann und schreiben kann und Internet und das weiß ich ja so, Internetbrowser und so, reicht es ja. Aber nach meinem Stand der Dinge, meiner, äh, Kreativität und meiner ganzen Sache, ist mein PC für diese Sache einfach, ja, etwas weniger geeignet. Ich gebe es zu. Deswegen macht mein PC auch gerade immer hin und wieder keine Rückmeldung. Äh, sie haben gerade zu viele Fenster auf. Sie machen, äh, Videobearbeitung, wollen auch noch was schreiben und dann auch noch auf Facebook und dann auch noch dies und jenes. Äh, entscheiden sie sich jetzt, was sie zuerst machen möchten. E-Mails abfragen oder doch lieber ein, äh, Word-Programm und irgendwas schreiben. Ja. So viel dazu. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das war es erstmal von meiner Seite. Bis dann. Also, ich habe nur noch eine Sekunde des Videos zu Ende. Ah, bis dann. So viel dazu. Ich war gerade in Rage, aber naja. Bis dann. Ich sage einfach, schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis dann mal.